Das Polargebiet ist ja sehr viel kleiner, als es auf unseren Landkarten dargestellt ist. Es hat nur etwa die größere Europas. Aber die Tiere, die hier leben, sind der Kälte, dem Eis und Schnee wundervoll angepasst. Ob das nun Eisfüchse, Morscheshochsen oder Rennetiere sind. Vor allem aber lebt hier der Eisbär. Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar. Dann müsste ich nicht mehr schreien, alles wär so klar. Eisbär haben müssen nie weinen. Bis vor kurzem wussten wir herzlich wenig von seinem Leben im Eis. Dabei kannte man ihn schon im alten Ägypten und Rom. Im Jahre 858, also vor 1100 Jahren, bekam der japanische Kaiser zwei Eisbären geschenkt. Aber immer hat man grausige Dinge von diesen großen Tieren in und am Eisbär erzählt. Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar. Dann müsste ich nicht mehr schreien, alles wär so klar. Eisbären müssen nie weinen. Eisbären müssen nie weinen. Eisbären müssen nicht nur Fußstrecken schwimmen, weil sie nicht im Wasser jagen. Sie können 30 Kilometer hintereinander schwimmen. Das schaffen eines Wissens kein Mensch. Ich möchte ein Eisbär sein. Im kalten Polar. Dann müsste ich nicht mehr schreien, alles wär so klar. Eisbären müssen nie weinen. Eisbären müssen nie weinen. Eisbären müssen nie weinen. Eisbären müssen nie weinen. Eisbären müssen nie weinen.